Ich dachte, ich könnte ganz einfach nach draußen gehen. Auch egal, dann prügele ich mich durch. Ich bin dabei. Na los, schalten wir die Fruchtfliegen aus. Das wird gar nicht so leicht. Es gibt wohl ziemlich viele Teufelskräfte, die einen fliegen lassen. Pressen wir ihnen die Flügel aus, dann landen sie wieder auf dem Boden der Tatsachen. Wie grausam! Sag sowas nicht, ohne eine Miene zu verziehen! Juhu! Das da sind sicher die Lead-Performer, von denen ich schon so viel gehört habe. Egal, wie stark sie sind, gegen unseren Käpt'n werden sie keine Chance haben. Stimmt. Ich kann mit Muskelkraft leider nicht dienen, aber als Navigatorin finde ich einen Weg, der ans Ziel führt. Der Franky Shogun ist super, da ihre Hindernisse zu beseitigen. Geht die Richtung an, Käpt'n! Hey! Wir sind bereit zum Aufbruch! Gut! Das wollte ich hören! Los geht's! Hier gehört! Alles weitere hier unten überlasse ich ein! Dafür kümmere ich mich um Kaido! Zum Glück! Untertitelung des ZDF für funk, 2017